Ah, hier ist ein neuer für dich. Hol dir den. Da vorne. In der ganze Klob, ja. Müsste gehen. So, wir müssen die Schranken irgendwie freischalten und deshalb muss ich ins Haus. Das Beste ist ja auch, dass ich keine, also begrenzte Lebenszahl habe. Ja. Da kann ich dann also direkt... Ich mach kurz das Tor frei. Wow. Alter. Junge. Wollte mich eigentlich verarschen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass hier auf einmal drei Gegner rein stürmen. Da kann man es hören. Alter, der kommt schon wieder leer, Alter. Kann doch nicht wahr sein. Egal. Ich möchte noch die Lampen da, also die Ampeln... Ja, die müssen wir frei machen. Ich bin ins Haus rein. Also ich gehe jetzt hoch. Hier außen rum, so. Oh. Zack, der eine... Weißt du, normalerweise... Alter, normalerweise gehst du ja nicht davon aus, dass da in dem Haus ein paar Gegner auf dich warten. Aber hier ist das anscheinend Standard. So. Kann ich jetzt in Ruhe hier mal den Hebel betätigen? Ich kann... Oh, da ist auch noch einer. Ich kann keinen Gegner eigentlich... Also durch die Gläser da abschießen. Geht leider nicht. Habe ich zwar versucht, aber einen nur getroffen. So, das Tor müsste aufgehen. Okay. Oh, nice. Soll ich mal die Waffe wieder nehmen? Nee. Komm. Bleiben wir mal bei der Shotgun. So. Und jetzt gehe ich wieder rein. In den Roboter hier. Okay. Perfekt. Lol. Ja. Okay, komm. Feuer frei. Da vorne. Zack. Bam, der da. Boah, das sind echt... Das sind echt voll viele Leute, ey. Ich gehe gerade wieder. Wie war das nochmal? Wie schießt man nochmal Raketen? Ich weiß es gar nicht. Mit G. Okay, ja. Ist ja wie Granaten. Verstehe. Okay. Verstehe. Ja, sehr nice. Okay. Da oben. So. Lol. Alter, ich komme nicht an dir vorbei. Lauf mal weg. Wir müssen dich killen. Alter, wir sind hier so breit, alter. Stehen wir uns immer selber im Weg. Okay, rein damit. Geh rein damit. Komm. Oh, bei mir steht das schon Achtung jetzt. Okay, ich habe mich da unten. Jawohl, das ist da unten. Das ist da unten. Ja. Okay, das ist da unten. Wir sind fast da. So, okay. Lauf mal weiter, Korsi. Moment, warte. Mein Leben muss sich noch regenerieren. Okay, bei mir ist schon wieder 100%. So, wie gehen wir jetzt hier? Ach, das war's. Okay. Okay, das war's schon. So, wie gehts. Die Systeme schalten sich ab. Wenn dies Teil deines Plans ist, würde ich sagen, es läuft glänzend. Sie versucht uns beide zu kreieren, aber nur ich konnte sie hören. Sie konnte sie nicht erreichen, aber du hattest ihn, wie meine Mutter und ich. Alles, was du getan hast, Bruder, war geben uns Leben. Es war die Mutter, die uns den Wunsch gegeben hat. Ich glaube nicht, dass ich das hier überstehe. Arme Cam ist überall. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal nach oben geschaut habt. Da ist die Kacke so richtig am Dank. Ganz große Kacke. Wichtig ist aber, dass man aufgreifen wird. Sucht nach Beckett und findet heraus, was er weiß. Ende. Und weiter geht's. Genau. Und hier sind wir stehen geblieben das letzte Mal. Also das heißt, als wir am Poverpzocken waren. So sieht's aus. Okay. Geben wir unser Bestes. So, direkt meinen Körper eingenommen. Und jetzt geht's weiter ins Verderben. Genau. So. Messer ich dich mal jetzt hier. Wir schaffen's diesmal besser. Aber es sieht derzeit gut aus, ne? Jo. Es dürfen nicht nur, äh, es dürfen halt nicht so viele Gegner auf einschüren. Dann kriegen wir das schon hin. Messer, Messerman. Der Messerman ist überall. Aua. Boah. Das ist ja das witzige. Geweiße sind da auf einmal die, äh, diese Viecher vor dir. Obwohl du sie da vorne auch gar nicht gesehen hast. Headshot. Die werden da anscheinend gespawnt. Ja, so. So. Geht sehr gut. Ah, ne? Ich glaube, wir haben, äh, waren ein bisschen weiter vorne da. Da, wo ich nicht über dieses, äh, Gitter kam. Oder? Keine Ahnung. Naja, ist auch nicht da. Also, ich konnte mich erinnern, dass wir hier aufgehört haben. Okay. So. Verdammt. Ich brauche Munition, Alter. Also, ich, 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 im Spiel ist es auch, ist es auch ein bisschen schwer, Kopfschüsse zu verteilen, irgendwie. Ja, vor allem das Aim ist ja nicht so leicht. Ja. Im Vergleich zu anderen Spielen, habe ich ja schon mal gesagt. Wow. Genau, hier, ich, hier waren wir gerade dran, ne? Zocki. Ja, genau. Messer, Messer, Messer. Alter, ich habe keine Waffen. Geht's doch auf. Boah. Das war ein, das war ein Messerstrich, äh, Strich. Wem ist halt, dass ich keine Munition mehr habe für die Pistole. Oh, die Tür ist verbeult. Wow, jemand hat einen Typen, die ich mich nicht aufwunst. Oh, da kommen Mutanten, da kommen Mutanten, da kommen Mutanten. Ja, wir müssen kurz warten, bis hier vor uns erscheinen. Sonst treffen wir die Azon hat. Ich gehe erstmal in die Zeitlupe. Aufstieg. Neun. Gorilla, Anzeige verbessert, Zeitlupe. Jawohl, Anzeige verbessert. Das heißt dann, ich kann noch länger im Körper bleiben. Yeah. Yeah, das ist doch nice, Alter. So, warte, ich schaue hier vorne noch, ob hier irgendwas ist. Ah, Seelenband, ja. Ich finde irgendwie immer die Seelenbänder. Ich auch, hier. Guck auch. Ja, bei der. Nochmal Seelenband. Jawohl, Uzi. Man muss halt immer genauer sich umschauen, dann findet man die schon. Gibt ja auch gut Punkte eigentlich. So. So, kommt's okay. Also, okay, hier, geht's weiter. Ja, ich weiß, an der Stelle war's hier schon mal für. Ja. Boah, ich muss der Kumpel nehmen. Ja, Decken ist schon wichtig hier. Und vor allem, ich sollte mal öfters die Slow Motion verwenden, weil ich benutze die nie irgendwie. Wie denn? Ja, musst du mit Steuerung drücken. Dann kannst du alles verlangsamen. Voll geil irgendwie, aber ich vergesse das immer. Wow. Bam, bam, bam. Yeah, Zeitlupe. Boah, das sieht aber richtig geil aus, eine Zeitlupe. Oh, da ist ja einer hinter mir. Also, wenn du jetzt, äh, wenn, wenn du Zeitlupe machst, dann... Ich hab keine Munition. Alter. Fuck, 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 komm, steh ab. Okay. Vor mir, vor mir war aber auch einer. Ja. Gibt's hier noch Munition zufällig? Bitte? Hier vorne. Äh... Sieht schlecht aus, logisch. Das, das, das krasse dabei ist, ne? Wenn du Zeitlupe machst, dann hab ich auch die, äh, also die, äh, die Zeitlupe. Ah, geil. Okay. Körper einnehmen, Körper einnehmen, jawoll. Komm, Zocki. Achso, ich muss da andersrum, okay. Guck, guck. Ich dachte, da vorne ging es weiter. Verstehe. Weiter geht's. Warte, irgendwas war doch hier gerade mit ihr. Ah, ne, das ist die Tür gewesen, verstehe. Und sie. So, ich hoffe, ich komm dann gleich über das Gatter. Hier vielleicht, ne, können wir auch nicht hier. Nicht, dass ich da schon wieder hängen bleibe, wie letztes Mal. So. Leute, da kommen wir gar nicht. Hier, 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 genau, Exit. Seelenband. Seelenband. Ich sammle die auch irgendwie gerne. Weil da kommt immer so ein geiler Sound.